Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vorfahrtsübungsvideo hier bei fragdenfahrlehrer.de. Wir wollen jetzt die Situation hier lösen. Wenn du möchtest, kannst du den Film auf Pause stellen und erstmal alleine überlegen, wie das hier abläuft. Und wenn du den Film weiterlaufen lässt, erkläre ich den genauen Ablauf mit der Lösung. Los geht's. Wie immer ermitteln wir zuerst die Art der Vorfahrtregelung und wir sehen, hier ist kein Polizist, der die Kreuzung regelt. Hier sind auch keine Ampeln, also keine Lichtzeichen, die die Kreuzung regeln. Und wir haben auch keine Verkehrszeichen, die die Vorfahrt regeln. Also ist hier eindeutig rechts vor links. Wenn die Vorfahrt durch rechts vor links geregelt wird, gibt es zwei Regeln zu beachten. Die Vorfahrt und die Vorrangregel. Einmal die Vorfahrtsregel und die lautet, wer von rechts kommt, darf vor dem fahren, der für ihn von links kommt. Ja, rechts vor links. Und dann gibt es die Vorrangregel und die lautet, Linksabbieger müssen den Gegenverkehr durchlassen. Jetzt gehen wir alle Fahrzeuge rein nach durch. Und dann werden wir feststellen, es gibt ein Fahrzeug, welches in der Situation beide Regeln nicht beachten muss. Und dieses Fahrzeug darf dann zuerst fahren. Wir fangen an mit dem gelben Fahrzeug. Vorfahrt hat das gelbe Fahrzeug ein anderes Fahrzeug von rechts. Ja, für gelb kommt blau von rechts. Ja, und für blau kommt gelb von links rechts vor links. Ja, das gelbe Auto muss also das blaue Auto vorlassen. Rechts vor links. Muss das gelbe Auto Vorrang beachten? Nein, muss es nicht. Es ist kein linkser Bieger. Es fährt geradeaus. Darum muss es keine Vorrangregel hier beachten in der Situation. Und dann geht es weiter zum blauen Auto. Rechts vor links. Hat das blaue Auto ein anderes Fahrzeug von rechts? Na klar, es hat das grüne Fahrzeug von rechts. Aber die Wege berühren sich gar nicht. Die beiden Fahrzeuge fahren aneinander vorbei. Wenn blau jetzt abbiegt, kann es einfach einem grünen Auto vorbeifahren, ohne das grüne Auto irgendwie zu stören. Obwohl es also ein grünes Fahrzeug von rechts hat, muss das blaue Auto hier in diesem Fall auf rechts vor links überhaupt keine Rücksicht nehmen, weil es ja rechts abbiegt. So, und dann die Vorrangregel. Muss das Fahrzeug auch nicht beachten, denn es ist kein Linksabbieger. Muss deshalb auch kein Gegenverkehr durchlassen. Das grüne Fahrzeug muss rechts vor links beachten. Es hat das rote Fahrzeug von rechts. Und ist das grüne Fahrzeug Linksabbieger? Nein, es ist geradeaus Fahrer und kein Linksabbieger. Muss also keinen Vorrang beachten. Und jetzt noch das rote Fahrzeug. Hat das rote Fahrzeug ein anderes Fahrzeug von rechts? Na klar, hat es das gelbe Fahrzeug. Ja, und ist das rote Fahrzeug Linksabbieger? Na klar, es ist auch Linksabbieger. Es muss also Vorfahrt und Vorrang beachten. Ja, und welches Fahrzeug war jetzt das einzige Fahrzeug, welches beide Regeln hier in der Situation nicht beachten musste? Das blaue Fahrzeug, weil es wie gesagt ja kein Linksabbieger ist und an seinem rechten Nachbarn einfach vorbei fahren konnte. Und darum macht es das jetzt auch und fährt als erstes Fahrzeug los. Wenn das blaue Fahrzeug gefahren ist, hat das gelbe Fahrzeug kein anderes Fahrzeug mehr von rechts. Und da es auch kein Linksabbieger ist, darf es jetzt auch fahren. Muss also auch beide Regeln nicht mehr beachten. Und dahinter kann gleich das rote Fahrzeug fahren. Es hat keinen mehr von rechts und es hat auch kein Gegenverkehr mehr als Linksabbieger und darf jetzt auch fahren. Ja, und das grüne Fahrzeug fährt als letztes Fahrzeug über die Kreuzung und dann ist die Aufgabe hier gelöst. Ja, ich hoffe dir das Video wieder gefallen und du hast wieder viel gelernt. Gib mir noch bitte einen Daumen hoch für mein Video und abonniere den Kanal, falls du es noch nicht getan hast. Aktiviere die Glocke und damit du immer informiert wirst, wenn es ein neues Video von fragdenfahrlehrer.de gibt. Ja, und wenn du Freunde hast, die auch gerade ihren Führerschein machen, teile doch bitte das Video mit ihnen, damit sie auch davon profitieren können und mein Kanal wachsen kann. Ansonsten wünsche ich dir wie immer alles Gute auf dem Weg zu deinem Führerschein. Du schaffst es und wir sehen uns hoffentlich bald wieder in einem neuen Video von fragdenfahrlehrer.de